Wenn ich dann trinke... So... Machen wir das jetzt... Ey, es leckt! Nein! Puh! Nein! Jetzt gewittert es auch noch! Der schlägt ja kurz ein! Guck mal, dein Haus brennt! Meine Metallhose brennt! Was ist eine Metallhose an? Die hab ich schon ausgeholt, okay... Eine Dia! Loll! Ahaha! Loll, pig-zombie! Bisschen, du wachst! Ich fisch... Bisschen, du wachst! Ich fisch... Bisschen, du wachst! Ich fisch... Bokkisch! Zitarn, na... Boah, Minecraft ist run out of memory! Toll! Mitten in der Aufnahme! Na toll! Da muss ich mir jetzt schnell was Spannendes machen, ne? Ja... Ich muss das eben noch so ins Bild rücken... Dieses... Komische... Minecraft-Dingens... So... Passt's, glaub ich... Hoffe ich... Denk ich... Ihr habt mein Passwort nicht gesehen... Ihr habt die Server nicht gesehen... Ihr habt das Login innen nicht gesehen... LOL! Du! Boah, ich dachte, das wär Protos! Was ist mit mir? Ich hab mich eingeloggt... Dann... Stell einen Piepzaum mir vor mir... Stattungsverflug... Ja, so... Ja, so... Ich hab's jetzt heute zum dritten Mal... Herzen Praxis zu... Die Frage ist, wie so steht... Oh, scheiße... Weil Blitz auf dem Traum wie eingefallen ist... Ach so... Du sollst nicht sterben... Geht ihr eigentlich gegen die Wand? Oder was? Ja, tust du... Also... Ich hab jetzt... Meinen... neuen... Unter... Enger... Boat... Glaub ich weiß auch gar nicht mehr, wo das ist... Wo ich gestorben bin... Also... Das ist nicht gut... Das ist nicht gut... Das ist aus ganzem Sachen... Was ihr unter Wasser fiel... Was sind eigentlich diese... Lungen von diesen... Lungen... Oh mein Gott... Jetzt hab ich mich ausgesperrt... Oh mein Gott... Wie du hast dich ausgesperrt... Jetzt kommst du nicht rein... Oder was ist... Oh mein Gott... 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 Hier irgendwo war das Loch... Der Eingang ist offen... Weißt du... Jetzt verfolgt mich auch noch ein Creeper... Hm... Ich hab jetzt einen Pflichteneingang gemacht... Wichtiges... Vergessen... Verfolgt mich da noch ein Creeper... Ups... Zombie... Ach sollte ich zumachen... Ich glaub ich runtergefallen... Zombie... Ich... Hm... So... Bis dahin... Bis dahin... 1,1... Sehen... Gerade nicht... Selbst schon... Ich bin hier eigentlich mehr damit beschäftigt... Hier runter zu graben... Dirt zu farmen... Damit ich mich runter bauen kann... Dirt reichen... So... Also... Dirt... Und es ist so... Schick... Sagen sie alle... Alles in den Luft gesprengt... Baut uns jemanden... Nen Luxusbude hin... Äh... Keine Angst... Ich hab alle Sachen... Jetzt alles... So... Wolltest du mir nicht... So fast... Ammer zeigen... Ja... Das wollte ich... Gehen... Ich hab 40 Backsteine... Muhahaha... Frisch gebacken... Kein... Keine Kohle... Gut uns gepolt... Gut uns gepolt... Aha... Guck jetzt nur wann... Podau... Ja... Ben... Nin... Es ist dann einfach... Pew... Bo... Fin... Mein... B- K intelligent... In... ... Kim... Wir sind dann überhaupt... B- Advès... Moin. Wer ist jetzt gekommen? Keine Ahnung. Deswegen sage ich ja Moin. Ja. Gerade ungünstig im Explay. Kommst jetzt mal home. Ja, ich bin hier in so einer Schlucht. Da habe ich hier jetzt gerade raus und fahren dabei noch ein paar Sachen. Das habe ich mich schon wieder ausgesperrt, ey. Was machst du nur immer? Da kann ich mich wieder reinkramen. Da wird die geistige Entwicklung. Gut für dich. Kindermilch. So. Ja, ich bin frei. Weich. Nimm mal ein Schwert, weil... Unser Eingang besteht. Wie, nee, ey. Wie ein Eis? Wie? Verbrenn doch. Ja, nein. Verbrenn doch. Nein, ich verbrenne jetzt nicht. Ich werde mit dem Skelett. Du? Ja, meinst jetzt fertig jetzt. Aua. Ja, es brennt doch. So, alle Uhren verwischen. Ja. Dass wir hier je gewohnt haben. Was? Du hast unser Haus rumgeladen? Wenn du jetzt nicht kommst, findest du den Eingang nie wieder. Bin doch schon auf dem Weg. Mensch, immer diese Jugend von heute. Niemals geduldig sein. Kann ich auch nicht. Merk das schon. Geduld ist ne Tugend. Und wer ist heute noch tugendhaft? Ich? Eh, doch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also willst du jetzt nochmal nach Hause kommen oder nicht? Jaha. Nur noch... 30 Meter. 30 Meter. 30 Meter. Seh deinen Arm. Du siehst meinen Arm. Ich bin 10 Meter vom Born. Genau 10,00 Meter entfernt. Na jetzt. Komm schnell. Da müssen wir alle Spuren verwischen. Waschie. So. Guck mal was ich hier Robert habe. Guck, das hab ich hier Robert. Robert, warst du schon wieder bei uns oder was? Ja, dann tu das doch nie, du Vollpfosten. Warum? Weil wir da... Weil ich jetzt kein Platz im Wetter. Du's in der Truhe. Ich hab keinen Bock dazu. Ich bin zu faul. Ah, jetzt rennt's so weg. Ich... Ich... Einfach mit diesem Cheat hier alles schnell in die Truhe packen. Obwohl das gar kein Cheat ist. Einfach nur Shift gedrückt halten und draufklicken. Ich wollt grad sagen. Ja... Ich hab meine Ausreden, ne? Ja... Ich hab meine Ausreden, ne? Ja, Koppelsraum. Ja, Koppelsraum. Ist ja wirklich unauffällig, ne? Ja. Ah, nicht dass man da denkt. Das war ich nicht. Nein. Ein... Ich hab hier ein Diamantschwert und stieg schneller wie ich. Überleg dir's. Ja, aber ich habe... habe... Fleisch. Nein, ich komme jetzt. Komm. Smeet. 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 Bitte. Nicht da. Du sollst mich nicht schlagen. Na gut. Na 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 na. Na. Die... 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 Musst du die halt merken? Ey, ich krieg die Tür nicht zu. Wo ist der Schalter? Da. Nein! Dieser Denker gleich. Gott. Du musst dir nur merken, wo wir sind. Sieht man ja auch gar nicht, ne? Gott. Sieht man doch nicht. Nein. Nein. Nein, gar nicht. Ach, die merken die Tür eh nix. Sieht man doch nicht. Die kriegen die Tür außerdem nicht zu. Au. Und wir auch nicht. Ein Moment mal. Ach ja, ich wollte mal was machen. Ach ja, ich wollte mal was machen. Ich bin gerade am SNS schreiben. So bitte nicht. Ja, ja, ja. Das ist jetzt Glauben oder was? Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Stimmung da, oder was? Da haben wir nicht viel zu tun. Ich bin halt jetzt hier durch die Mine am Laufen. Und da ihr gerade so im Redefluss wart, wollte ich euch da nicht stören. Dafür wart ihr das letzte Mal ja ein bisschen stiller. So mehr freut es mich, dass ihr dieses Mal ein bisschen lauter seid. Ja, wenn ihr die ganze Zeit da rumlabert. Hatte ich auch irgendwie gerade gedacht. Ihr redet mir zu viel. Sollte ich erstmal food? Ist die Tür auf? Nein. Mach die Tür auf, du ne! Ein Kreuz! Schneller! Äh, also, ach da. Ich hab das SCH-Wort nicht gesagt. Ähm, wieso bist du draußen? Die Tür ist auf. Ja, und? Ah, und die Tür ist zu? Ja, ich weiß. Du Held, ey, ich muss ehrlich sagen, so'n Held hab ich noch nie gesehen, ey. Ja, ich bin auch stolz auf mich. so'n Held, ich bin auch stolz auf mich. Und jetzt brauch'n wir endlich wieder. Wir brauchen Schalter, versteckt draußen. ich weiß schon wo der händen kommt da wenn ich auch mal mit dem skype fangen wir die ein schalter so auch wenn ich leider nicht in minecraft sein kann ich red mal ein bisschen mit da seid ihr nicht so ganz alleine moment ich muss erstmal hier nennt jetzt so ein zacktchen echo drin